Yo, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo Elpeo und ich begrüße euch zu Let's Play Tales of Xylia. In der letzten Folge sind wir aus Fort Galanda ausgebrochen. Ich hoffe, das war der richtige Name. Und ja, wir haben Mila wieder an unserer Seite und Elise natürlich. Elvin will abhauen, warum auch nicht. Und Mila hat sich irgendwie ausgeruht, aber irgendwie sind ihre Beine kaputt oder... Keine Ahnung, ich denke mal, die Beine sind kaputt. Oder irgendwas anderes noch. So, und wir diskutieren jetzt mal eine Runde mit ihr. Ich habe keine Runde mit ihr. Du kannst nicht sogar gehen, wenn man eine Runde mit ihr. Du musst die Realität akzeptieren. Jude, du kennst dich die Leute von Hamil? Huh? Sie wurden in eine Situation, die sie nicht wählen. Und sie haben keine Runde, um gegen sie zu kämpfen. Also, ja, vielleicht haben die Dinge verändert, wenn sie stärker sind. So, was ist die Runde, genau? Ist es etwas, was du anstiegst, um zu fendern, die Attacken zu schützen? Ist es etwas, was du anstiegst, um die vier Great Spirits zu kontrollieren? Ist es etwas, was du anstiegst, auf deinen eigenen zwei Legen zu gehen? Es ist nichts von diesen Dingen. Nicht reale Runde. Du kannst nicht aufzuhören, oder? Ich kann nicht aufzuhören. Meine Missione nicht mehr, ich muss weitergehen. Ich muss weitergehen. Selbst wenn dein Körper nicht mehr aufzuhören? Das ist das, was ich bin. Oh, guten Morgen. Ist es etwas auf deinem Kopf? Es ist einfach, dass, ein langes Mal vorhin, mein Vater hat eine Patientin, die verloren hat, die seine Legen verloren hat. Really? Ja, wirklich. Also, ich dachte, wir können unsere Stadt besuchen, Leronde. Was hat sich verändert? Du bist so bereit, mich zu zurückgehalten. Ich war... Ich weiß nicht warum. Ich bin nicht sicher, was hat sich verändert. Ich weiß nicht, dass ich nichts tun kann, um dich zu verhindern. Selbst wenn du nicht gehen kannst, du einfach rauskriegst und wirst in die Probleme. Du bist wirklich. Ein Verlust? Ja, ja. Danke. Ich bin in deinen Handeln. Genau. Wir können Leronde nach dem Boot, also gehen wir nach Sappstrath-Seahaven. Ja, das ist klar. Dracel, du hast meine Gratitude. Und du hast meine Hoffnung für eine volle Rückkehr. Bitte, 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 dass wir dich nicht mitbekommen können. Was? 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 Wenn ihr mein Gesicht sehen könntet. Ich hoffe, wir werden sie bald sehen. Also, sie werden wirklich weitergehen. So wie es ist. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt den Kampf verrecke? Überlebe ich nicht. Hey. Hey. Ich gehe sofort dahin. Was? Ich muss den Weg laufen. Habt ihr sie nur alle? Wie soll ich denn das machen? Warte. Ich hab's auf der Höhenstraße. Ich muss da hinlaufen. Habt ihr sie nur alle? Ey. Keine Elise. Keine Elven. Keine... Äh. Keine Rhone. Boah. Ich bin sicher, dass du dein Haus ist. Es ist nur ein normales kleine Boondocks. Es war eine gewisse Kolonie der Minderung. Seitdem du bist, musst du deine Eltern haben. Sie sind sehr wie du? Ich weiß nicht. Wie kannst du sie sehen? Meine Eltern präumt zu arbeiten. Wir sind immer noch nicht zusammen. Ich habe gehört über die Kinder-Königungen. Es gibt ein Komplex Oedipus. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht ist. Ah. Also dein ist eher der Scheming-Backstabbing-Sorten-Familie? Genau. Welche Art von Büchern hast du hier? Okay. Ich möchte euch gerne umgehen. Nicht, dass ich was gegen euch habe. Nur. Ich werde höchstwahrscheinlich frecken. Nein, Kampf. Mit euch. Was ist jetzt? Wieso ist es dunkel geworden? Wie lassen wir es gut sein? Also, seine Höhe oder was? Schon sagen, wie soll man denn hier gut sein schaffen? Ja. 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 Da. Ja. 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 ettin. Danke für meine Begründung. Danke. tag wie das anhänger ja okay kann ich mir schon und weiter zum substrat sehr offen ohne zu verrecken wenn es geht und noch mal kann ich nicht mal zehn minuten ich wollte nicht mal fünf minuten ich brauche ich mal eine minute einfach weiter was okay noch auf 18 so ok jetzt nicht die der richtige zeitpunkt ist das einzusetzen noch mal sie auch nicht ja nämlich war es doch nicht so schwer das war einfach nach hinten voll verschwendet ich habe mir nur neue ausrüstung kaufen ich komme jetzt gar nichts hier doch hätte ich eigentlich machen können ok ein klein wird fertig ja da kommt mal ein moment wo wir all sind hätten gebrauchen können aber nein es muss natürlich abhauen ich kann auch nur blase machen hier man ist aber aus der sonne gebracht kannst du nicht so oft ab ich würde auch mal irgendwann gerne speichert haben und die aufnahme beenden weil mir geht dann sagen der speicherplatz auf mein fest wo die lese so schnell wie der verrückt ist immer ach taktiker so wir sind gleich am hafen ok warum auch nicht tut es besser als die anderen schwer was ich werde gleich zurück Lady Mila ich hab endlich mit dir Ivor was machst du hier? wenn ich sah deine face auf die WANTED POSTERS ich wusste, dass ich dich richtig gefunden habe aber was ist deine Aufgabe, um mich zu retten zu retten die Niakara zu retten? ich versuchte die Villager zu lassen, mich zu deinem Hilfe sie waren sehr verständig du imbecile das ist nicht der Punkt nicht du weißt Lady Mila, bist du okay? deine... deine legge deine... deine legge Mela! du! erzähl mir was du mit ihr gemacht hast du dich, Ivor das war nicht für Judes ich habe das selbst gebracht aber du wärst nicht in diesem predikament wenn ich auf deine Seite wäre hör auf hier pipsqueak Handmaid sind nicht verabschied man muss seine Leben zur Verfügung und zur Verfügung Lady Mila es ist eine für reale Menschen Menschen sie hat das aber es war ein Fehler dass ein unverteidiger unverteidiger wie du sie 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 Ich habe dich als eine Föhnin von dem Moment, als ich auf dich gelegt habe. Jetzt weiß ich dich, und weg. Du kannst sie, wenn du möchtest, aber ich komme auch. Hm, Ivor. Stopp' diese Nasein. Bitte, Frau Mila, bleiben Sie wo du bist. Du wirst mich nicht für das später. Ja, wie praktisch. Part vorbei, den knüpfen wir uns im nächsten Part vor. Ciao.